Hallo, ich bin Mehmet. Ich bin Senior Supervisor im Bereich Ramp. Das ist meine Hauptgeschichte. Wie sieht deine Entwicklung am Ramp aus? Ich habe mich von der Stelle Operation Agent 1 zu der Stelle Senior Supervisor Ramp weiterentwickelt. Und neben dem Job habe ich über DHL eine Berufsausbildung abgeschlossen. Was ist dein Lieblingsort am Hub und warum? Mein Lieblingsort am Hub ist das Vorfeld, da mir die Arbeit mit Kollegen Spaß macht. Was bedeutet Karriere für dich? Karriere bedeutet für mich, dass ich beruflich ausübe, was mir Spaß macht und dabei meine fachliche und mächtige Fähigkeiten zu verbessern, nicht nur auf der Stelle treten. Wann klickt dein Wecker? Gegen 14 Uhr. Zum Wachwerden Kaffee oder Tee? Zum Wachwerden bevorzuge ich Kaffee. Was war die große Herausforderung auf deiner Entwicklungsreise bisher? Sich selbst treu zu bleiben. Wenn du dir einen Job am Hub dürftest, welchen und warum? Du Teammanager, weil ich mit meinen Stärken und Fähigkeiten in unserem Unternehmen mehr Verantwortung übernehmen möchte und mehr Unterstützung beibringen möchte. Was ist dein Geheimnis für Erfolg? Mein Geheimnis für Erfolg ist meine Zielstrebigkeit und mein Ehrgeiz. Bewirb dich auf anpacken-dhl.de und werde Teil des Dienstes. Wachwerden Kaffee